Nisysen, Anmoderation heute aus dem Off. Ich habe mich gefragt, welcher Tank hat die beste Attack Speed Verwertung. Es ist Maokai, aber die Carry Maokai habe ich schon gespielt. Deswegen kommt heute der Tank mit der zweitbesten Attack Speed Verwertung. Viel Spaß mit OnHit Shen. Lass einen Like da. Schön, dass ich einmal nicht als Suho gewandt habe. Ich sage es mal. Ich will ihn gleich trade und kriege von der Minion-Wall auf den Sack. Ich will, zerträglich. Okay, mein Trade ist wild. Okay, ich habe einen Auto-Attack abgebrochen. Okay, jetzt out-tradet er mich. Obwohl er noch Level 1 ist. Okay, ich habe Ignite. Jokes on you. Oh, leu. Erstmal Thorn vorbeigeschmissen. Ich bin richtig gut. Oh Gott. Gar nicht gecheckt, dass die einen Viego haben. Wie er sich baiten lässt. Oh. Na, dann lässt man nicht hin. Oh, er kann es noch machen. Nein. Nein, kein Double-Buff für mich. Yasuo 0-3. Der Moment, wenn die Gegner einen verlündeten Yasuo haben. Wohl. Yes, kill for me. Und sein Fahne nehme ich auch noch. Ja, ich habe keinen Spaß mehr. Ich möchte vielleicht, ich möchte lieber gegen Yasuo. Da geht einfach rein die ganze Zeit. Das macht mehr Spaß. Achso, ja, ich werde out-tradet. Ich bin sicher. Das ist, das bin's champ. Hallo Warwick. Schön, dass du da bist. Wilder Damage. Absolut wild. Hallo Warwick. Vielleicht hätte ich aber mit draufhütten sollen. Na ja. Oh, ich bin hier gerade ein Lückenlust. Oder auch Kürkis. Hehehe. Ich habe keinen Weh mehr. Ich habe Angst. Ich habe nichts mehr. Ich habe Angst. Oh Gott. Mann. Warwick. Du kannst dich fünf Minuten AFK gehen und dann... Ich komme direkt und hole dich den Shutdown. Und dann dir den Shutdown nehmen. Das ist doch eine Frechheit. Gib mir, gib mir einen Slow. Oh. Oh. Oh shit. Oh oh oh. Oh Gott. Oh oh oh. Hehehe. Bring uns hier raus. Ich bin Tänzer. Oh. Ich brauche einen Heal. Ich habe keine Mana. Nein. Schnell, schnell, schnell. Heil mich. Ich bin hier aber auch auf einem Crazy-Ride. Ich will dich. Ja, ja, ja. Opfer dich. Was passiert hier? Mann, ich wollte die ganze Zeit raus ulten, aber ich habe nicht genug Abstand bekommen. Oh nein, sie geht in Dragon. Oh Gott. Das war so knapp. Ja. Tano's back. Let's go. Oh. Hm. Ah, ich bin auf dem Weg. Dauer. Dauer. Auf Flash und 4. Make mich fest. What the fuck? Du musst dann nicht gestorben. Let's go. Nein, ich taunte dich. Du machst den Turm nicht. Oh, den Turm geht so prima. Traum lebt jetzt wieder. Schaffe ich einen kompletten Turm? Wahrscheinlich nicht. Aber, how could I know, wenn ich es nicht probiere? Oh, den Turm habe ich. Den zwar nicht mehr. Danke fürs Retten. Oh, Yasuo. Yo. Yasuo mache ich. Nein. Ich habe nicht auf die Turm-Wiege geachtet. Ich bin auf dem Weg. Loil. Was ein King. Oh Gott, sieben Sekunden cooldown. Oh nein, tu mir nichts. Loil. Komm schon. Ich bereue nichts. Oh ja, bist du sehr frech. Okay, du musst mal woanders rauf. Ich will nicht mehr. Ey. Komm doch. Oh Gott. Oh Mann, ich dachte, die predicted, dass ich nach links laufe. Dann drehe ich um und bereue es. Oh Mann, ich bitte. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja das ist jetzt doof. Ich hab rangeultet. War knapp. Ja, aber dann reicht's für den nicht mehr. Nee. Oh jetzt verlieren wir. Wir haben das Game verloren jetzt, ne? Wir haben es jetzt einfach verloren, ne? Weil ich zu dumm bin, meine Ulti auf den Warwick zu drücken. Sonst wäre ich eine Sekunde früher da gewesen, dann wäre meine Ulti durchgegangen. Aber ich bin so traurig. So, am meisten Damage im Team. Und Yasuo und MF haben mich auch. Das ist okay. Grundsätzlich erstmal okay. Gladys S, nice. Have a nice night, Alter. Du auch, Warwick.